Herzlich Willkommen zu Dental English To Go. Ich bin Sabine Nemetz und ich lade euch ein, mit diesem Podcast euer Englisch aufzufrischen. Ich möchte euch zeigen, dass es ganz leicht ist, sich im Praxisalltag auf Englisch zu verständigen. Jede Woche schauen wir uns eine bestimmte Situation in der Zahnarztpraxis an und trainieren die passenden Vokabeln und die richtige Aussprache. So, hier ist Ihr Weekly Dose-Language Refresher. In heute's lesson, wir sehen uns die verschiedenen Stagen des Gum-Disees und wie sie zu beschreiben, zu Ihren Patienten. So, wir beginnen. Gum-Disees beginnt wenn Bacteria in den Patienten fängt. If Dental Hygiene is poor, Bacteria will build up. Eine Zahnfleischerkrankung kann sich entwickeln durch Bakterien im Mund. Ist die Mundhygiene unzureichend, vermehren sich die Bakterien. Die Patienten müssen verstehen, die causes für Gum-Disees und die verschiedenen Stagen, als es ist eine Soft-Footed-Disee. Wie können Dental Professionals explain die Progression des Gum-Disees? Let's start with the typical features of a clean tooth and healthy gums. The tooth enamel is free from plaque buildup and totter. Healthy gums have a consistent pink shade or natural darker pigmentation and fit snugly around the teeth. The texture of the gums is smooth and firm to the touch. There is no bleeding of the gums when brushing teeth. The tooth is firmly supported by dense bone. Any deviations from this status may be the first signs of the beginning of a gum-disees. How to describe the various stages of gum-disees to your patient. Gum-disees has five stages. During all stages, you can improve your gum health with and without professional help from a dentist or a dental hygienist. Bleeding gums are a first sign that gum-disees may be developing. It is a sign that your gums are not healthy. The symptoms are bleeding gums when brushing teeth or flossing. You may also notice pink spots when biting into hard foods, such as apples. Small blood stains on toothbrush or floss are a warning signal from the gums. This early stage often happens due to a buildup of plaque. Plaque is a sticky film of bacteria that adheres to your teeth. When plaque is not thoroughly removed through regular brushing and flossing, it may irritate your gums. This will make your teeth very sensitive and more prone to bleeding. Stage 2 is gingivitis. Gingivitis is an early warning system of your gums. If they are not taken care of, it can lead to a periodontitis, in which gum problems are more severe. There is some inflammation in the gums. Your gums may show a mild swelling, be a bit painful, and appear red. They might bleed more during teeth brushing or flossing. Occasional bad breath may occur. The tooth firmly sits in the bone. Gum disease can be reversed at this stage with good oral hygiene, brushing, and flossing. Here is your overview of the vocabulary of this week's lesson. To notice, bemerken. To adhere, haften, verkleben. To occur, vorkommen, auftreten. To improve, verbessern. Prone to, anfällig für. Smooth, glatt. Firm, fest, krall. Required, erforderlich. Severe, heftig, stark, akut. Soft-footed, auf leisen Sohlen schleichend. Stage, phase, abschnitt. First sign, erstes Anzeichen. Early warning system, frühwarnsystem. Blood stains, blutflecken. Das war unsere Lesson für diese Woche. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit den nächsten Stufen der Zahnfleischerkrankung. Wenn ihr noch mehr Dentalenglisch trainieren wollt, empfehle ich euch mein Buch Dental English, erschienen im Quintessenz Verlag oder auch die Fachzeitschrift Teamjournal. Hier findet ihr in jeder Ausgabe eine Übung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Es gibt jeden Montag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt auf Instagram oder an podcast.wintersenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage goodbye and see you next week. Das war Dental English to go mit Sabine Nemetz. Der Englisch-Podcast für den Praxisalltag. Ein Quintessenz-Podcast.